Die Ausbildungsinhalte als Fachkraft für Lagerlogistik sind die Warenannahme, Einlagerung, Kommissionieren von Aufträgen und dann natürlich auch das Verpacken von der Ware. Ich habe mich für den Ausbildungsberuf entschieden, weil ich diese Abwechslung zwischen dem körperlichen und dem Systemischen fand ich sehr ansprechend. An der Ausbildung bei Saturius schätze ich am meisten das selbständige Arbeiten. Man hat seine Aufgaben, ist dann selbst für das Ergebnis auch zuständig und ist wirklich komplett schon im Team integriert. Das erste Mal Gabelstapler fahren war erst ein bisschen unsicher, aber man lernt das ja alles gut im Gabelstaplerlehrgang. Die Perspektive nach der Ausbildung ist sehr gut, da Saturius eine bedarfsorientierte Ausbildung hat und man so hohe Übernahmechancen hat. Ich habe mich für die Ausbildung bei Saturius entschieden, weil es eine zukunftsorientierte Branche und einer der größten Arbeitgeber der Region ist. Selbstständig, offen, anpackend. Ich habe mich für die Ausbildung bei Saturius mit zwei Jahren. Ich habe mich für das Verpacken gegründigt. Untertitelung des ZDF, 2020